Fragst du dich auch manchmal, was wohl das Geheimnis dieser professionellen, raumfüllenden, raumgreifenden Stimmen ist? Was es mit den sogenannten Sprecherformanten und den Obertonspitzen im Stimmklang zu tun hat und was du tun kannst, um so eine resonante Stimme zu erreichen? Darüber spreche ich mit meinem Kollegen, dem Schauspieler und Stimmtrainer Olaf Nollmeier. Bleib dran! Der Thron macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Was genau macht eigentlich die Tragfähigkeit einer Stimme aus? Was ist das eigentlich? Also wie gelingt es, ohne laut sein zu müssen, auch mal raumfüllend zu sprechen, die Zuhörer auch in größeren Räumen zu erreichen? Was ist das Geheimnis dahinter? Und um dem auf die Spur zu kommen, habe ich mir heute einen Kollegen eingeladen, den ich seit vielen Jahren kenne, aber schon seit einem halben Jahrhundert nicht mehr persönlich getroffen habe. Olaf Nollmeier, du bist, ja, was bist du alles? Du bist, so wie ich ursprünglich, Schauspieler. Du hast in der Volkwang, in der berühmten Volkwangschule in Essen, hast du Schauspiel studiert. Ich lese natürlich auch ab und zu über dich. Du bist Theaterdirektor, du leitest ein Ensemble oder ein Theater, das Theater im Zelt. Aber das, was uns so im Kern verbindet und auch dich zum Kollegen im großen Stimme.at-Netzwerk macht, das ist deine Tätigkeit als Stimmcoach. Lieber Olaf Nollmeier, ganz herzlich willkommen im Stimme wirkt-Podcast. Okay, dankeschön. Ja, schön da zu sein. Trommelwirbel. Olaf, wie war denn dein Weg, wenn du uns so einen kurzen Einblick gibst, so in deine persönliche Entwicklung? Was hat dich vom Schauspieler, vom Theater hin zu diesem großen, faszinierenden Thema Stimme geführt und was hat dich bewogen, dann auch dich hier zu vertiefen und im Coaching und im Training und in Seminaren mit Menschen zu arbeiten? Gibt es ein Schlüsselerlebnis? Ja, da gab es schon einige und die waren schon direkt im Studium. Ich muss dazu sagen, die Dinge, die ich heute mache, die, wenn du mir das gezeigt hättest, bevor ich ins Studium gegangen bin, hätte ich gesagt, nee, danke, brauche ich nicht, will ich nicht. Alles, was um Fühlen und Hören geht oder so, das ist, da muss man ja bescheuert sein, weil Fühlen und Hören, das kann man ja einfach. Als ich an die Volkwand gegangen bin und da Sprechunterricht gehabt habe und Körperunterricht und so weiter, das war, das habe ich, ich erinnere mich noch ganz gut daran, als ich aufgenommen wurde und dann gesehen habe, dann schickten die so ein Informationsblatt und was so ein Stundenplan sein könnte und ich habe gesehen, also das habe ich mir jetzt nicht vorgestellt, wann, ich möchte ja Schauspieler werden. Wann geht es auf die Bühne? Ja, ich möchte auf der Bühne stehen und Texte sprechen, sprechen, vielleicht auch spielen, aber, und warum muss ich, Körperunterricht, das finde ich blöd, Gesangsunterricht, nein, das muss ja nicht sein, Tanzunterricht und also, Fechten, Fechten, aber alles andere, also eigentlich 98, 90 Prozent habe ich eigentlich, als ich das gesehen habe, abgelehnt, als ich zur Schule gekommen bin, waren viele Sachen für mich, ja, deswegen kann ich heute auch Leute verstehen, die, wenn sie sich für ein Coaching oder für einen Unterricht interessieren oder wenn sie in Therapie sind oder wenn Therapeuten sagen, ich habe dann Patienten oder Klienten und ich komme nicht an den ran und der traut sich nicht und so weiter und ich will den irgendwie öffnen und da muss mir doch was passieren mit dem, dann sehe ich mich selber und Sachen wie, also eben vor einem Jahrhundert, nicht ganz normal, das ist ja auch zu Zeiten des Mauerfalls, als ich da angefangen habe, ich war genau so einer, also ich habe, ich wollte das nicht, wenn mir jemand gesagt hat, leg dich bitte mal dahin, entspann dich jetzt mal, mach mal die Augen zu, jetzt fühlen wir mal irgendwas oder so, ich habe mir gesagt, nein, also wir fühlen gar nichts, ob ich was fühle, weiß ich ja nicht, ob du was fühlst und so weiter, also das war für mich eigentlich, ich war dafür nicht prädestiniert, aber es gab dann einige Lehrer und es gab einige Erfahrungen, die mich umgehauen haben, eben vollkommen unerwartet auch, die, das hätte ich mir nie vorgestellt, dass jemand, der einen berührt, also körperlich berührt, mit der Hand am Körper irgendwas macht, der mir irgendwelche Vorschläge gibt zu, hör mal hierhin in dem Klang oder probier mal das aus oder mach mal das mit den Händen, dass das auf mich irgendwie einen Effekt haben könnte, also ich habe gesagt, ja, also für Hypnose bin ich einfach nicht geeignet, das tut mir leid, ich möchte auch Schauspieler werden und ich möchte nicht irgendwie Abracadabra machen oder sowas. Ich habe auch gesehen, dass andere Kollegen, die waren immer gleich sehr empfänglich, besonders auch die Mädels, die haben immer sofort, ja, ich spüre da was und das ist unheim und so weiter, habe ich immer gesagt, ist schön, dass ihr das habt, aber ich habe das ja eben nicht und innerhalb des ersten Jahres gab es viele kleine Erfahrungen und ein paar große Erfahrungen und die haben mich ganz schnell dann schon im ersten Jahr nicht daran zweifeln lassen, will ich überhaupt noch Schauspieler werden, will ich das, muss ich das noch, also muss im Sinne von, ist das mein Antis? Ist das mein, treibt mich dorthin, ja. Ja, oder gibt es etwas, was viel wichtiger ist und das waren diese Erfahrungen mit Stimme, mit Klang und mit von den Socken gehauen zu werden und dann die Frage, wie passiert das? Wie machen die Lehrer das? Es klappt ja auch nicht immer, es ist ja nicht, dass man irgendwie Knöpfe drückt und dann passieren immer bei allen Sachen, aber es passieren doch ziemlich oft ziemlich viele spannende Sachen und dann eben auch bei mir, gerade bei jemandem, der da keine Affinität zu gehabt hat, also ich habe gesagt, ich will jetzt wissen, wir nehmen das Textbuch und wie spiele ich jetzt die Rolle, wie spiele ich die Rolle, aber dass jemand sagt, wie gehst du oder das war für mich Nonsens, ich habe auch gelacht und habe gesagt, ja, das ergibt sich. Ja, was heißt, wie ich gehe oder stehe, ich gehe halt oder stehe halt und ich rede irgendwie und ich sehe irgendwie aus und das ist ja alles gar nicht das Thema, also ich, mein Körper, das kann ja gar nicht das Thema sein, da ist doch nichts Interessantes zu sehen. I was proven wrong. Ich finde es ja interessant, auch so aus der Entfernung immer wieder eine Spur zumindest mit zu erfolgen, was du tust und worauf du dich fokussierst und ich habe so den Eindruck, dass in uns beiden hier etwas, so ein Neugierfaktor ist, der sich mit dem, das ist so und das macht man so und tut auch mal dieses und das hat man seit Jahrhunderten so gemacht, der sich mit dem nicht zufrieden gibt und wo irgendwie so eine innere Neugier entsteht, nachzuforschen, wie funktioniert das eigentlich, wie kann ich es verstehen? Genau, also wie kann ich es verstehen, das ist ja sowieso für mich als erstes da, aber dann war eben auch, das war eine Änderung für mich im Studium und mit diesen Lehrern und mit diesen Erfahrungen, wie macht man das? Also der Teil, über den man sagen kann, da gibt es was, das kann man machen, wie macht man das? Und gleichzeitig zu wissen, das ist immer eine Gnade, also wenn etwas gut funktioniert, wir werden ja auch gleich reden über Technik und du hast auch in der Anmoderation gesagt, also okay, was ist das Geheimnis sozusagen von der tragfähigen Stimme oder eben was ist die Mechanik oder was ist die Akustik oder sowas davon, dann ja, also man kann da Dinge auf jeden Fall da beschreiben und das hat mich total interessiert und ich habe zum Glück dann eben, wahrscheinlich ist es so, wenn man neugierig ist, findet man eben auch Leute, die einem Dinge nahe bringen können, erklären können, also gibt es da Dinge durchaus zu verstehen und trotzdem ist es ja nicht so, das weißt du wie jeder, der damit arbeitet, es ist nicht so, wie ich kann an meiner Software, am Rechner irgendwie stellen und kann da Frequenzen rein und rauf regeln oder sowas oder ich kann das Bild gelber oder rotstichiger machen oder ich kann da Pickel entfernen oder ein Filter oder so, das ist alles darum, dann hätte mich das nicht fasziniert. Also wenn es nur das gewesen wäre, dann hätte es mich nicht fasziniert. Mich hat es fasziniert, weil es mich verändert hat auf eine Art, die ich nie erwartet hätte, wo ich nie gesagt hätte, darum könnte es für mich gehen. Genau, dann habe ich im Studium also diese verschiedenen Lehrer, da war ich auch sehr dankbar, weil es ein Riesenspektrum gab dann an Lehrern. Jeder ist auch davon überzeugt, dass egal, was er erzählt und macht, dass das so ist und nicht anders sein kann und das richtig gut ist. Wenn man die Leute sieht, denkt man nochmal, ja klar, also der ist toll, ich finde den super. Für mich funktioniert jetzt das und das nicht, für den anderen funktioniert das und das und so eine Riesenauswahl zu haben, war ein absoluter Luxus und in der Auswahl... Also Vorbilder sozusagen zu haben in der Ausbildung, also Menschen vor sich zu haben, die in unterschiedlicher Art und Weise etwas sehr gut können. Die Frage ist nur, wie vermittelt sich das und kann ich die einzelnen Erklärungen, die mir die anderen geben, die sich zum Teil ja auch unterscheiden, das habe ich selbst erlebt in verschiedenen Ausbildungen, wo steckt... Genau, also gibt es hier Wahrheiten oder gibt es hier einfach physikalische Gemeinsamkeiten oder physiologische Gemeinsamkeiten, die am Ende zu einem Ergebnis führen, psychologische Gemeinsamkeiten. Olaf, lass mich mal so fragen, um nochmal auf den Ausgangspunkt unseres Gespräches zurückzukommen. Angenommen, ich komme jetzt zu dir und sage, lieber Olaf Neulmeier, du bist ein Experienced Trainer, du bist ein erfahrener Stimmcoach und mit meiner Stimme, ich habe so das Gefühl, ich komme nicht rüber und ich erreiche die Menschen nicht und wenn der Raum größer ist, dann funktioniert das nicht. Wie funktioniert tragfähiges Sprechen? Was ist das eigentlich? Okay, er hat verschiedene Ebenen. Sagen wir mal einmal, wenn man anfängt von der Tragfähigkeit, ich sitze im Saal und da sind zwei oder drei Leute und den einen höre ich eben gut und die anderen beiden höre ich nicht so gut, dann ist also die eine Perspektive die von den Zuhörern, von den Zuschauern, Zuhörern, von den Leuten, die mit im Saal sind oder von den Leuten, die mit im Klassenzimmer sind oder... Im Kaffeehaus, ich denke mal, das erlebt wahrscheinlich auch jeder. Das ist eine Stimme, die hat man im Ohr und man will sie dort gar nicht haben, während der Gesprächspartner wahrscheinlich untergeht in der Garagekulisse. Genau, also das heißt, das ist sozusagen hörerseitig. Und hörerseitig ist es so, dass unser Gehör, das, wo jetzt gerade meine Kopfhörer hier drüber sind, die Ohrmüschel, wenn man die mal durchmisst, stellt man fest, dass die ein Raum ist, diesen Raum wie dieser Raum hier und die hat Eigenschaften. Eine Kirche ist ein Raum und ein Bad, ein Klo ist ein Raum. In Bädern und Klo gibt es ja Leute, die da besonders gerne singen, weil sie sich da besonders gut hören, also weil es bestimmte akustische Eigenschaften hat. Und dass in meiner Gartenhütte, in der ich gerade sitze, gibt es eben bestimmte akustische Eigenschaften und die Ohrmuschel selber hat auch bestimmte akustische Eigenschaften. Und die sind so, dass durch die Ohrmuschel tritt der Schall ein zu mir, es sei denn, ich fühle ihn haptisch über den Tisch oder über jemanden, der so sonor redet, dass der ganze Raum... Vibriert. ...vibriert und brummert. Aber alles das, was über den Luftweg kommt, kommt an die Ohrmuschel. Und da werden manche Frequenzen präferiert weitergeleitet, besser weitergeleitet. Für einige Frequenzen ist unser Ohr sozusagen, da sagt es, das ist egal, das brauchen wir nicht. Und andere gehen da viel besser sozusagen in den Gehörgang schon rein. Sie werden präferiert weitergeleitet. Das sind Frequenzen, die in dem Bereich des Sängerformanden oder Sprecherformanden, das ist ein Begriff dafür, für diesen Frequenzbereich, die da besser weitergeleitet werden. Du hast jetzt einen Begriff genannt, Sprecherformand, Sängerformand. Ein sehr ungewöhnlicher Begriff. Was genau ist das? Was versteht man da drunter? Darunter versteht man eigentlich nur, dass innerhalb des Frequenzspektrums, aus dem unsere Stimme besteht, die Schallwelle, die wir da absondern oder eben die Notiere und alles, was Schall macht. Dass das ein bestimmter Frequenzbereich ist, also sagen wir mal zwischen 2.800 und je nach Schule sozusagen, die sich damit beschäftigt, der allgemeine Konsens ist so um 3.000, also sagen wir 2.800 bis 4.000 Hertz. Da könnte der Sängerformand sein. Die Lichtenberger sagen, es gibt drei. Einmal so um 3.000, um 5.000 und um 8.000 Hertz. Wir können, wenn ich das hinkriege, damit zuschalten, können wir uns ein Spektrum mal angucken und können uns mal anschauen, wie das aussieht in so einem Spektrum und können auch sozusagen mal filtern, wie sich so ein Bereich isoliert anhört. Wäre eine Möglichkeit. Wir sind hier im Podcast nur auditiv unterwegs. Alles klar, kein Problem. Genau, aber um nochmal zurückzufragen, also für die unserer Zuhörer, die jetzt im Bereich der Akustik nicht so firm sind, du hast ja jetzt einen relativ hohen Frequenzbereich genannt. Also wenn du von 2.800 Hertz ausgehst, das ist ein relativ hoher Ton. Ja, ich kann ihn mal, ich habe hier ein Hundeflötchen. Ein Hundeflötchen. Und diese Hundeflötchen, manche Leute, wenn man so auf dem, bei uns, wir sind ja in Norddeutschland, auf dem Deich. Und wenn man auf dem Deich spazieren geht oder sowas, und wenn da mal jemand sowas hat, manchmal, wenn Leute über die Hundeflötchen reden, dann heißt es irgendwie, ja, das hat so einen hohen Frequenzbereich, das können nur die Hunde hören. Die Menschen hören das gar nicht. Das ist irgendwie schon Ultraschall. Ich weiß nicht. Also wenn du das nicht hörst, hast du wirklich ein Problem. Ich kann es mal ausprobieren. Also mein Hund hört das. Ich glaube, du hörst das auch. Es klingt so ein bisschen wie so ein alter Teekessel. Wenn ich das jetzt mit, das habe ich jetzt nur mit Luft gemacht, wenn ich das mit Stimme gleichzeitig mache, dann hörst du meine Stimme und diese oder sowas. Das ist der Bereich um 3000, 5000, 8000 Hertz. Also das heißt, um es nochmal auf einen sehr einfachen Nenner zu bringen oder nochmal den Rahmen ein bisschen aufzumachen, das heißt, die menschliche Stimme ist nie nur ein Ton. Ich will es nur einfach dazu sagen, zum Verständnis, sondern unsere Stimme ist ja nicht ein Ton, sondern Klang. Und Klang heißt, dass die Stimmlippen, da gibt es eine Grundschwingung, da könnte man als F0 dann immer messen. Das ist quasi das, wie die physikalischen, die zwei Stimmlippen, diese beiden Muskeln, auf und zu klappen in einer bestimmten Frequenz. Und das ist eine sehr tiefe Frequenz. Also wenn du sprichst und ich spreche, da werden unsere, diese Basisschwingungen unserer Stimmlippen zwischen 100 und, ich würde sagen, vielleicht 100 und 130 Herzchen noch auf und ab der Stimme schwingen und alles andere, was darüber hinauf als Kaskade mitschwingt, also das, was den Klang erzeugt, das ist die Obertonstruktur, also die Klangstruktur der menschlichen Stimme. Und diese einzelnen Teiltöne der menschlichen Stimme, die sind unterschiedlich laut, die haben unterschiedlich viel Energie. Und wenn eine Stimme also nur ganz tiefe Teiltöne hat mit hoher Energie und im helleren Bereich nichts zu hören ist, dann ist es nicht tragfähig. Habe ich das einigermaßen hingekriegt, Olaf? Wunderbar und schön gezeigt, genau. Das heißt, das ist aber auch ein großer Unterschied. Wir sind jetzt gewohnt, so viele Stimmen über Medien zu hören mit Kopfhörern und so weiter, Radio, bla bla. Und da ist das ja etwas, wo die Tragfähigkeit im Grunde genommen keine Rolle spielt, weil ich einfach irgendwie in mein Mikrofon reinkrächzen, husten oder sonst was tun kann. Und den Rest macht dann nachher die Elektronik und die verstärkt mir dann genau diese Bereiche, die für die Tragfähigkeit, dafür, dass die Stimme knackig, knusprig ist, dass sie irgendwie ankommt, dass sie vor allem auch direktiv ist, also dass ich gut hören kann, wo sie herkommt. Das ist wieder im medialen Bereich, spielt es keine Rolle, weil die Stimme kommt aus meinem Lautsprecher. Aber wenn ich irgendwo in einer realen, natürlichen Umgebung, weltlichen, natürlichen Umgebung bin, dann ist es zum Beispiel so, dass diese Tiefenfrequenzen, also das sind die, die man durch eine Wohnungswand durchhört. Das ist typisch, man hört den Fernseher des Nachbarn. Man kann nicht verstehen, was gesagt wird. Aber man hört... Also man hört noch, ob es ein Streit ist, ob es ein erotischer Film ist oder ob es Nachrichten sind. Das kapiert man, aber man versteht null Inhalt. Und das, was den Inhalt angeht, also das Verständnis von, was für ein Vokal ist das, welches Wort ist das, was wird da gesagt, dafür sind auch die hellen Anteile zuständig. Die liegen etwas unter dem Sängervermandbereich, aber die sind weit weg von diesem F0, also von dem tiefsten Teilton sind die weit weg. Der tiefste Teilton beinhaltet diese Information nicht. Tragfähigkeit bedeutet also jetzt, ich möchte, dass jemand meinen Inhalt versteht. Ich möchte zum Beispiel auch eben in vielen Situationen, dass jemand weiß, wo ich stehe, auch im übertragenen Sinn. Also wo bin ich von meiner politischen Meinung, wenn es darum geht, oder wo bin ich von meiner Meinung, was das Produkt oder was irgendeine Überzeugung angeht, wo ich stehe. Und was das physikalische hier dieses Sängervermandbereichs angeht, der orientiert den Hörer, denn ich kann ganz genau sagen, wo. Hier wäre jetzt so ein Beispiel, das überträgt sich jetzt nicht. Das kann man sehr, sehr gut hören. Das ist sehr wenig Schalldruck, dieses Tütchen. Und das wäre die Situation, du sitzt auf der Bühne, oder du hast einen Vortrag, oder du bist im Klassenzimmer, oder in der Kirche, wo auch immer, also wo live Menschen sprechen, und wo man vielleicht einer Person zuhört. Wenn die Hustensaison ist, dann hört man ganz genau, wo jemand das Hustenbonbon öffnet. Man hört ganz genau, das ist vorne, erste Reihe, Sitz Nummer 5 oder 6, oder das kommt von hinten. Diese Frequenzen haben sehr, sehr wenig Schalldruck. Wir hören sie aber sehr gut, weil unser Ohr darauf präferiert reagiert. Und sie orientieren den Hörer. Ich weiß genau, wo das herkommt, wo dieser Klanganteil herkommt. Das heißt, wir hören das besser. Es gibt uns Orientierung im Raum, wo steht diese Person, die da spricht. Und das, was sie sagt, nämlich abgesehen von Tonhöhe geht hoch und runter, und der ist irgendwie wütend, oder irgendwie traurig, oder irgendwie dies oder das. Also das, was ich auch durch eine Zimmerwand hören kann. Da fehlen eben die hohen Frequenzen. Für alles, was darüber hinausgeht. Also Verständnis, was sagt diese Person, worum geht es, wo steht er. Dafür sind diese hellen Anteile, jetzt haben wir gerade quasi auch über die Vokalformanden gesprochen, also das, was die Vokale ausmacht, und den Sängerformanden. Dafür sind diese hellen Anteile wichtig. Das ist auf der Hörerseite. Wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, Mensch, ich werde irgendwie schlecht gehört, oder ich habe das Feedback bekommen, da könnte man mal was dran machen, oder ich merke das selber irgendwie, ist das so, dass wenn ich das Wort ergreife, nach den ersten zwei Worten, da drehen Leute sich so weg. So weiter wie bisher, genau. Und keiner denkt, dass er irgendwie angesprochen wäre, dass es um ihn geht. Dann geht es darum, diese Anteile in seiner eigenen Stimme für sich selber hörbar zu machen, wahrnehmbar zu machen, weil man sie erst dann auch absichtlich, zielgerichtet entwickeln kann. Und dafür sind zum Beispiel Hundeflötchen geeignet. Also wenn jemand zu mir kommt und sagt, oder wie du ihn gerade vorgemacht hast, irgendwie undeutlich und so weiter, dann ist das auch nicht nur unbedingt deswegen, also die Person spricht nicht nur so, sondern sie hat auch im Hören quasi ein Defizit. Sie weiß gar nicht, wo sich im Hören vor allem hinsichtlich der eigenen Stimme orientieren soll. Und um das klar zu machen, also wo in deiner Stimme ist das, was wesentlich ist für die Tragfähigkeit, benutze ich zum Beispiel Instrumente, wie dieses Hundeflötchen, denn hier sind diese Sängerverbanden sozusagen drin. Jeder, der da reinpustet, kann, wenn er da reinpustet, diesen Anteil hörbar machen und die Aufmerksamkeit des Ohr, das Gehör, darauf lenken. Und das ist der erste Schritt, um dazu zu kommen, diese Anteile in der eigenen Stimme selber auszubilden. Und zwar auch auszubilden auf eine Art, die gesund ist. Denn es gibt wie immer auch einen kurzen Weg. Der kurze Weg ist einfach der, spann alles an, streng dich tierisch an, mach jetzt einfach mal irgendwie doller, lauter, denk irgendwie daran, dass du... Ja, also wenn ich den Aufwand insgesamt erhöhe, dann kommt auch irgendwie in dem hellen Bereich kommt auch mehr Energie raus. Nur dann bin ich selber mal auf einem sehr, sehr hohen Energieniveau und kann die Vorteile des Sängerverbandbereichs oder dieses Tragfähigkeitsbereichs überhaupt gar nicht ausnutzen. Ich muss so viel Kraft aufbringen, um es zu erzeugen. Ne, was dem, was du vorhin gesagt hast, auch noch einen Gedanken mitgenommen. Ich denke, hier steckt ja auch immer der Aspekt des führungsstarken Sprechens drinnen. So wie du zuerst bereits erwähnt hast, wenn ich hinter etwas stehe, wenn ich also einen Standpunkt habe, dann will ich als Zuhörer ja nicht nur mich orientieren können. Also du solltest mir dann ja auch Orientierung im sprichwörtlichen Sinne, aber auch im akustischen Sinne geben. Und diese Lenkungsfähigkeit, also dieser Aspekt, dass mich die Stimme, meine Aufmerksamkeit lenkt und leitet, das zeigt mir als Zuhörer unbewusst ja auch, dass diese Person in der Lage ist, Menschen zu führen und zu lenken. Wenn aber jetzt diese Energie, die mich hier lenken will, quasi zu viel Push-Anteil hat, also so eine Überdominanz hat, dann stößt es mich zurück und dann haben wir jetzt kommunikativ gesehen Reaktanz. Dann haben wir Blindwiderstand ohne Ende und niemand weiß, wie es geschehen ist, weil er einfach der Versuch, mich in eine Richtung zu drängen, gewissermaßen kommunikativ gesehen, immer die einschlägigen Auswirkungen hat. Und noch ein zweiter Gedanke, nur so zum Ding. Ich denke so, das ist ja das alte Prinzip auch vom Alfred Tomatis, das ich da heraushöre, der gesagt hat, du kannst Töne, die du nicht hörst, im Grunde nicht produzieren. Und das hat er ja nicht nur den Sängern gesagt, sondern auch den Streichern oder den Violinisten. Gehörbildung vorausgesetzt und jetzt bin ich neugierig, wie geht das? Ja, das geht ganz einfach. Und zwar, also vom Prinzip her geht es einfach. Bei Friseuren gibt es manchmal so Bilder, da haben sich Leute ablichten lassen, vorher, Vorher, nachher. Vorher, nachher. Bevor sie zum Friseur reingegangen sind, da sah das so aus, meistens ungefähr so, wie ich aussehe, mein Haar. Und dann, wenn sie rauskommen, sind sie irgendwie ganz doll schick. Und dieses Vorher, nachher spielt damit, dass wir Unterschiede wahrnehmen. Also eigentlich ist das, das ist total sozusagen Banane, da geht es nur um den Verkaufstrick sozusagen oder da geht es nur um das Verkaufsargument. Schau mal, wenn du das gemacht haben wirst, dann wirst du ganz toll aussehen. Aber da steckt eine super Wahrheit sozusagen drin, was das Lernen angeht, also je nachdem, wie man es begreift. Und wenn man es auffasst, als etwas Produktives, als etwas Konstruktives, wo Lernen nicht als etwas, wo jemand abgerichtet wird, macht zehnmal, keine Ahnung, streckt dich zehnmal so, dann wird der Muskel da wachsen oder dann wird das Band da länger oder so. Also ja, das stimmt sicherlich auch. Aber je weiter man von diesem Abrichtungsgedanken sozusagen wegkommt, also mach jetzt einfach die Übung eine halbe Stunde lang und mach das jeden Tag. Warum muss ich das machen? Dann wird es mechanisch. Auf nichts. Achte auf nichts. Mach es einfach nur. Auch das geht. Also auch das wird irgendetwas verändern. Aber bei dieser Art von Lernen geht es darum. Und auch das geht. Und das führt oftmals dazu, dass Dinge aufgesetzt werden. dass sie nicht zur Person zugehörig wirken, dass wir merken, die Person spricht oder bewegt sich ganz anders auf der Bühne als neben der Bühne. Das heißt, das ist etwas, was mir sehr schnell an Erfolg von aufgefallen ist. Bei Tänzern, wo ich gesehen habe, wenn die auf der Bühne sind, bewegen die sich irgendwie ganz lang und grad und so weiter. schlürfen sie dahin. Ja, sobald sie schon hinterm Vorhang verschwinden, sind sie dann schon irgendwie so zusammengesungen. Und da dachte ich, dachte ich für mich, das ist doch irgendwie schade, weil diese Tänzer, auch wenn man sehr viel probt und auch wenn man sehr viel übt, dann macht man das nur maximal acht Stunden am Tag. Und wie schön wäre es doch eigentlich, wenn man vier, wenn man das, was man da jetzt in dieser ganzen Arbeit, in dieser künstlerischen Arbeit, wo man sich beschäftigt, wenn man das, was man da lernt, wenn das etwas wäre, oder was ich auch, wenn ich auf die Straße gehe, wenn ich nach Hause gehe, bei mir behalte. Also du siehst das, da sprechen wir schon aus der Zeit, wo ich mir etwas verändert habe im Studium, weil zu Anfang hat mich das überhaupt nicht interessiert. Also das heißt, es wäre doch schön, wenn das, was ich da manchmal in so Sternstunden erleben kann, wenn das zu mir so gehören würde, dass ich das bin. Und das ist eine andere Art von Lernen. Also das ist keine, die darauf setzt, wiederhol das und dann, oh, da musst du dich dran erinnern, richtig, ich wollte das ja alle so und so machen, sondern etwas, was einfach in mir ist und zu mir gilt. Und das ist ein Lernen, wo, ich will jetzt immer das Wort Konstruktion sagen, aber ich mag es nicht ganz so gerne, aber ist auch egal, also nehmen wir es einfach mal. Das heißt, wo jemand selber eigenkonstruktiv ist, Dinge also in sich findet, wo ich ihn dazu aktiviere und ermutige, eine Frage zu stellen, einen Fehler zu machen, eben auch neugierig zu werden, denn die Neugier ist das, was diese Person, das weiß ich ja, das wird sie auch über die Stunde, die wir geben, über das Coaching, was wir haben, hinaus beschäftigen und tragen. Also wenn es nur ist, ich sage dir, tu das und dann sagt er auch, wenn er es glaubt, er wird es wohl schon wissen, dann werde ich es tun, aber das wissen wir alle, wir haben ganz viele Tipps im Kopf, was man alles tun sollte und die gehören nicht zu uns, die sind nicht bei uns im Herzen, also die, die werden automatisch aus. Das sind Regeln, dann vollzieht man die Regeln mal, aber es gehört nicht zu einem, es wird nicht Teil der Persönlichkeit. Genau. Das heißt aber als Basis, wo ich angefangen hatte, war ja mit diesem Vorher-Nachher-Vergleich, das heißt, jemand kommt und ich, die Person sagt, zum Beispiel, ja, ich habe eine Präsentation über eine Waffengattung, das hatte ich jetzt letzte Woche, über eine Waffengattung und ich habe auch zum Glück alles gleich vergessen, was die Waffengattung ist und so weiter. Das heißt, dann sage ich dieser Person, okay, du hast diesen Vortrag schon mal gehalten, ja, das heißt, du kennst den. Okay, super. Das heißt, wenn ich dich jetzt bitte, könntest du diesen Vortrag jetzt mal kurz halten, wir brauchen nur eine Minute, dann kann, ja klar, ich bin ja Experte auf dem Gebiet, also ich kann jetzt jederzeit, kann ich jetzt loslegen, dann stellen wir uns vor, hier in dieser Gartenhütte, ist das, wie viele Leute sind da, wie groß muss der Saal sein, 50 oder 100, ganz egal, okay, wir stellen uns vor 50 oder 100 Leute, dann fangen wir bitte mal an und erzählen mir jetzt eine Minute lang, was da so passiert und dann erzählt er eine Minute und dann sage ich, stopp, danke, wie war das jetzt, wie ging das, wie hast du dich wahrgenommen, war das auch in dieser Simulation einigermaßen dran an dem oder hast du jetzt dich vollkommen anders verhalten oder gefühlt, ja, ich war nicht ganz so aufgeregt, aber er ist auch schon ein bisschen, aber doch, also eigentlich, also das heißt, ich frage, also hättest du es 100% anders gemacht in der Realsituation? Nein, kann er auch gar nicht, ist ja kein Schauspieler, kann es nicht plötzlich 100% anders machen. Also so irgendwie ähnlich wäre das gewesen, wenn das die Realsituation, okay, und jetzt gehen wir in eine Intervention, sagen wir mal, wenn es eben um Tragfähigkeit geht und sagen wir mal, ich denke irgendwie, dass die Hundeflöte irgendwie für diese Person akzeptabel wäre und sage, okay, pass mal auf, hier ist diese Hundeflöte, kannst du die spielen? Wie kann ich die spielen? Ja, nimm mal, okay, was soll ich jetzt machen? Ich weiß nicht, probiere mal aus oder irgendwas, das heißt, er fängt jetzt an, da rein zu pusten mit der Frage, was passiert hier eigentlich? Das heißt, er hat eine gewisse Offenheit. Und du dann, ist es so richtig? Ich habe ja nur gesagt, du sollst sie spielen. Hast du schon mal jemanden, die Hundeflöte spielen hören? Gibt es dann richtig oder falsch? Also ich weiß es nicht. Richtig ist normalerweise, wenn dein Hund kommt. Dann hast du sie richtig gespielt und wenn nicht, nicht. Wenn du gar keinen Hund suchst, geht es gar nicht um richtig und falsch. Aber es geht darum, um was ist da zu hören. Ja, da ist ein komischer Sirrton dabei. Okay, Sirrton. Okay, mach es nochmal, achte nochmal drauf, Sirrton. Wie ist denn? Ja, Okay, ich kann den Sirrton hören. Okay, sprich doch einfach nochmal direkt deinen Text. Also mach nochmal direkt deine Ansage. Wir haben ein oder zwei oder drei Minuten uns hiermit beschäftigt. Die Person hat geatmet, sie hat hier reingepustet. Wenn man hier reinpustet, wird man, weil das, das kommt, ich weiß nicht, wie gut das sozusagen rüberkommt, es ist relativ laut und man wird eher etwas dosierter da reinpusten, weil es relativ laut ist. Das heißt, die Person hat, genau, weil es ja ganz gut hörbar ist, die Person hat eine Minute lang sich mit seiner Atmung beschäftigt, hat dabei gehört, was ist da mit dem Sirrton und nach dieser Minute, zack, gleich bitte nochmal deinen Vortrag. Und dann gibt es natürlich zwei Ebenen. Meine Ebene, ich höre und sage, hm, nicht schlecht, er hat sich schon ganz gut verändert. Aber werde ich ihr nicht sagen, weil ich will der Person nicht etwas verkaufen und sage, Mensch, du hast hier schon ganz doll verändert, das war ja super. Dann fragt die Person, wie war das jetzt für dich? Und die Person sagt, ja, irgendwie, keine Ahnung, was sie jetzt sagt. In vielen Fällen sagt sie, es war ein bisschen leichter. In manchen Fällen sagt sie, ganz komisch, ich habe das, was ich da an dieser Flöte gehört habe, das habe ich an meiner Stimme gehört. Ja, da ist auch irgendwie sowas. Wir können uns jetzt weiter damit beschäftigen, kann auch sein, dass die Person sagt, ich habe überhaupt keinen Unterschied gemerkt. Dann sage ich, okay, nimm das Flötchen nochmal und fang mal an zu sprechen hierdurch. Also die Waffensysteme, nein, du sollst ja hierdurch sprechen, okay. Also die Waffensysteme sind so und so und so weiter. Und die Person spricht wieder eine Minute und wir machen wieder vorher, nachher. Gehe nochmal jetzt ohne Flötchen rein und sprich nochmal da deinen Text und schau dir an, wie das klingt oder wie gut oder, ja, also wie es dir erscheint. Und dann fangen wir an, also diese verschiedenen Aspekte. Der Aufwand ist möglicherweise geringer, passiert ziemlich oft. Ich habe weniger Druck gehabt. Warst du denn leiser? Nö, leiser war ich nicht. Aber ich habe gedacht, ich wäre leiser. Warum denn? Ja, weil ich weniger gedrückt habe. Dann sage ich, okay, ich hätte so von außen sage, nicht, weil ich mein Produkt hier verkaufen will, aber es ist ja auch nicht viel, was ich verkaufe. Ein Hundflötchen kostet drei Euro. Kann dir aber sagen, für mich außen war es genauso laut oder vielleicht so etwas lauter oder ein bisschen weicher oder runder und ich habe aber auch sehen können, dass du weniger Aufwand hattest im Hals, im Bauchbereich und so weiter. Das heißt, so tasten wir uns sozusagen voran, zum Beispiel mithilfe dieses Dings. Das könnte aber auch die Klorolle sein oder andere Dinge. Und es liegt immer in der Verantwortung und in der Autorität dieser Person, meines Gegenübers, zu beurteilen, ob das jetzt, was wir gemacht haben, gut war, interessant war oder nicht. Also ob es zum Ziel führt, zum gewünschten Ergebnis führt oder nicht. Genau. Also es gibt natürlich Phasen, wo die Person sagt, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich weiß nicht, ob das so oder so war. Dann kann eine Aufnahme helfen. Dann kann es sein, okay, wir nehmen das einfach mal auf und dann hörst du es einmal so ab, dann arbeiten wir eine Zeit lang und dann kannst du von außen hören. Das ist nicht unbedingt leicht, weil die meisten Menschen sind es nicht gewohnt, sich selber auf Aufnahmen zu hören. Das heißt, die sagen dann, wenn sie sich hören, oh Gott, so klinge ich. Also ganz egal davon, ob jetzt Fortschritte innerhalb von einer Stunde sozusagen passiert sind, ja oder nein. Aber genau, wir machen das zusammen, sozusagen wie eine Co-Kreation. Wir arbeiten daran zusammen. Ich weiß, ich muss für die Person entwickeln, dass sie sich selber besser hinsichtlich dieses sehr wichtigen Kriteriums, also einmal jetzt akustisch, die anderen Kriterien sind, wie fühlt sie und so weiter, sind chemitätische. Ich muss ihr helfen, sich in sich selber besser auszugehen. Ich höre jetzt auch Prinzipien heraus. Das eine ist, nicht du bist der Lehrer, der sagt, was ist gut, was ist schlecht, was ist falsch, was ist richtig, sondern du setzt jemanden in die Lage, selbst die Kriterien zu entwickeln. Und in dem Fall heißt das, das Gehör zu trainieren und selbst die Unterschiede herauszuhören, um dann später während des Sprechens vielleicht mal ab und zu nachsteuern zu können. Ja, genau. Ja, genau. Und die sind gestützt eben durch Physiologie, durch Akustik. Ja, also warum nimmt der jetzt ein Hundeflötchen oder warum nimmt der das hier oder warum nimmt der so komische Sachen, weil sie bunt aussehen oder blöd sind? Genau, sondern weil ich heraus höre, was ist der Unterschied und welche Teile meiner Stimme sind hier angesprochen? Antwort Nummer eins, ja, also das ist die Antwort Nummer zwei, denn wir haben es hier eben mit hochfrequenten Anteilen zu tun, die über diese Stimmspielzeuge hörbar gemacht werden und die jeder hörbar machen kann. Also er muss nicht erst einen Sängervermand haben, der scheppert wie blöd, um dann zu sagen, oh ja, ich glaube, ich habe da was, sondern wir brauchen ja gerade da, wo der Bereich sehr wenig ausgeprägt ist, Mittel, um jemandes Gehör auf die Fährte zu setzen und zwar am besten, während sie selber am Sprechen, am Furnieren, also am Töne machen ist oder selber mit seiner Atmung etwas tut und nicht, ich spreche dir das jetzt mal vor oder singe dir das mal vor, höre das mal an und mach das jetzt mal auch so. Ja, das ist genau das, was in meinem Leben nicht viel gebracht hat, sondern wo ich oft die Erfahrung hatte, toller Typ, geniale Frau, super, aber wo bin ich? Wo bin ich, ja, ja, genau. Ich sehe, dass die toll ist, ich sehe, dass sie das toll macht, aber ich will ja nicht dabei bleiben, nur ein Fan von ihr oder von ihm zu sein, sondern ich muss ja selber irgendwie was haben. Das heißt, das ist, wie du gesagt hast, das ist Kriterien geleitet, das sind Kriterien, die objektiv sind, mit denen wir uns befassen. Letztlich etwas scheint mir auch sehr zuversichtlich zu sein in dem, was ich jetzt von dir höre. Ich kann es ja selbst aus meiner Perspektive als Coach nur unterstützen. Im Grunde heißt das, jede Stimme kann es. Es gibt also keine Stimme, die das nicht könnte. Und die Aussage, ich habe es gerade heute am Nachmittag von einer Dame, die jetzt mittlerweile zu meiner Kundin geworden ist, gehört, ich habe eine leise Stimme, dann weiß ich schon, ich werde nicht widersprechen, aber... Nein, du hast eine leise Stimme, ja. Ja, ja. Das, was du hast, ist die leise Stimme. Aber ich weiß, dass... Dem Einkaufs... Genau. Ich weiß, dass jede Stimme, also auch diese Stimme, die ich da heute gehört habe, das Potenzial hat, andere Menschen anzusprechen, zu erreichen und auch raumfüllend zu klingen, ohne das Gefühl zu haben, man müsste laut so sein, Nachdruck zu geben. Und irgendwie anzutauchen, also da mit Kraft einzuwirken. Olaf, zum Abschluss lass mich dich... Ich habe da noch so eine Frage auf Lager. Wenn du heute so selbst sprichst oder wenn du Seminare gibst oder wenn du vielleicht auch im Theater arbeitest, was ist denn das, was dir dabei selbst, persönlich am meisten Freude macht, wo du am meisten dieses innere Glücksgefühl empfindest, wenn du es tust. Was ist das? Also nimm mal an, du hast einen Klienten oder einen Teilnehmer bei dir und du arbeitest. Was ist das, wo du dann so ein Gesicht hast, das ich jetzt am Bildschirm sehe? Also dieses... Ja, genau, das sind ja schon zwei Situationen. Also einmal beim Selbersprechen, beim Selberspielen oder, was ich gerade viel mache, sind Hörbuchsachen, dass die Zeit gar nicht da ist. Dass man einfach in der Story ist, in dem Text ist, in der Situation ist. Ich denke dann nicht drüber nach, wo ist jetzt hier der Sängervermand oder sowas. Ab und zu merke ich, kann sein, dass es passiert, dass meine Aufmerksamkeit auf diesen Bereich geht, auf den klanglichen Bereich und ich merke, geil, das ist total gut, das klingt gut. Wir beschäftigen uns ja meistens etwas vorher damit, also dass man einen Saal oder einen Raum schon mal ausprobiert, wie klingt der, bis man wie merkt, bis ich dann merke, das ist mein Zuhause hier, also meine Ohren sind an den Wänden und ich bin da, das ist schön. Wenn ich merke, dass den Leuten das auch so gut so geht, dass die eine gute Zeit haben, dass sie auch mit in meine Welt eintreten oder in die gemeinsame geteilte Welt dieser Fiktion eintreten, dieses Stücks oder dieses Textes oder des Gedichts und in der Arbeit mit Klienten und mit Schülern, wenn ich merke, dass die für einen Moment rausgehen aus dem so gucken und da ist jetzt der Neumeyer und da bin jetzt ich oder da ist der Olaf und da bin jetzt ich und da ist mein Problem, da ist der Neumeyer, hier ist mein Problem, und da bin ich oder sowas und das weg ist, weil eine Person ganz offen und neugierig mit sich selbst beschäftigt ist, also Töne macht, spricht oder singt, an der Ari ist oder mit einem Text oder mit einem Vortrag oder mit einer Gesprächssituation beschäftigt ist und dabei auf sich, ja, muss ja auch gar nicht das Hören sein, es kann ja auch sein, dass es auf der Ebene des Empfindens oder des Gedankens stattfindet und plötzlich über sich selbst überrascht ist und sagt, das ist ja witzig, also das habe ich noch irgendwie gar nicht bei mir gesehen, das habe ich bei mir noch nicht, ich habe mich noch nicht so gehört, ich höre mich ja eigentlich jeden Tag oder Klammer auf und gar nicht, was automatisiert ist, jetzt ist es passiert, jetzt höre ich, ich bemerke etwas, was seltsam ist, was ich noch nicht, aber eben seltsam nicht im negativen Sinn, sondern seltsam, ich bin überrascht, dass das da ist, dass das ein Teil von mir ist, super, mehr kann ich gar nicht machen, also alles dient nur dazu, dass du dich auf eine andere Weise wahrnimmst und die Überzeugung, du hast vorhin darüber gesprochen, so eine optimistische Überzeugung, meine optimistische Überzeugung, ja daherkommt, dass ich es erlebt habe und dass ich es bei genügend Leuten eben auch erlebe, nicht immer und nicht auf Knopfdruck, aber so oft, dass es für mich auch eine Überzeugung ist, da ist etwas Gutes in dir drin, da ist etwas, was dir Gutes will, deine Stimme möchte sich gerne positiv entwickeln, du darfst da hingucken, meistens haben wir mal Angst da hinzukommen, wir denken, oh, da sind Fehler und der Lehrer wird bestimmt hören, dass da ein Knarren ist, die Psyphonie, ein Mangel und so weiter, dass du in dem anderen genau das entdeckst, dass etwas wächst und du hast einen Anstoß dazu gegeben. Lieber Olaf, durch Zufall, ja, durch Zufall, naja, indem sie, ich habe da irgendwo gedrückt und dass da was, indem sie wohlfeil, wohlfeil zum richtigen Coach, zum richtigen Trainer gegangen sind. Lieber Olaf, lieber Olaf, Neulmeier, ein wunderbares Schlusswort, ich danke dir ganz herzlich für die Zeit, danke für das tolle Gespräch, die Informationen über dich werden wir verlinken in den Shownotes, auch wo du zu finden bist und wo man sich an dich wenden kann. Okay. Viel Erfolg weiterhin und danke für das tolle Gespräch, grüß dich. Dankeschön. Ja, und euch da draußen, wenn euch gefällt, was wir tun, im Stimme wirkt Podcast, dann scheut euch nicht, scheut dich nicht. Einfach fünf Sterne zu vergeben, das kannst du gerne überall dort, wo dein Podcast-Player dich dazu einlädt. Und wenn du Anregungen hast für mich, für uns, dann schreib mir einfach eine E-Mail an podcast.arno-fischbacher.com oder schick mir eine Nachricht, über LinkedIn zum Beispiel. Das wäre ein wunderbarer Kanal dafür. Ja, was bleibt mir noch zu sagen, möge die Macht der Stimme mit dir sein. Dein Arno Fischbacher.